Bist du schon tot oder zuckt er noch? Er zuckt noch. Er zuckt noch. Boah, der leckt mich am Arsch. Wie im letzten Fisch. Es gibt noch Fisch. Ich habe jetzt immer noch Schuppen am Sachs. Geh. Ja, sehe ich jetzt auch immer noch raus. Lachs? Äh, Lachs. Entschuldigung. Entschuldigung. Bist du schon klar? Entschuldigung. Gieß da auch noch rote Fleisch. Ah, das wird gut. Das wird gut. Das wird gut. Der Schlechter. Darf man eintreten? Naja, wir haben ganz schauen. Wen möchtest eintreten? Mal schauen. Möchtest du gescheit Sachs? Und das Ding schneit wie die Sau. Aber der ist dermaßen. Jetzt haben wir ihn. Und das ist der Grund. Ja, das wird gut. Das ist der Grund. Wir haben die Sau. Ja, das ist der Grund. Das ist der Grund. Das ist der Grund. Und das ist der Grund. Und das ist der Grund. Ich bin so unscharf, unscharf für Dinge machen wir jetzt. Komm, guck ich mal. Machal, hast du eine Träule dabei? Ja, ja. Perfekt. Darf ich die haben? Ja. Wo hast du denn die? Wie bräschiert sie? Wo hast du denn die Moni? Äh... Na! Putz! Ich rief jetzt das Bindblatt. Der sagt nix mehr. 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 Da ist das. Das ist die Nix mehr. Hm. Äh... 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 Warte mal, dass mich das jetzt wieder erinnert. Irgendwann an einen T-Rex. Ich fraus den Kopf. Es darf. Da haben wir die Flossen drauf. Die T-Rex hat keine Flossen. Nein, aber mit den kurzen Annen und so. Jetzt hört er noch wieder aus. Irgendwie Olivers Dreifaltigkeit. Ja, ja, ja. Genial. Den fühlst du gut und einen Fenchel magst du nicht. Die essen ja mit sich halt halt. Ja, halt. Hallo. Das roh besser als wie gekocht. Vielleicht gekocht und falsch oder was weiß ich. Erst sagst du. Du hast ihn bei mir noch nie gegessen. Nein, meine Schwiegermutter gekocht. Sie hat noch nie geschnitten. Die haben noch nie geschnitten und die haben einmal gekocht. So, die bleiben wieder. Bitte nicht mehr weiter streiten. Wohlseizerte Abfallschüssel. Ist schon weg, haben wir ausgeleert. Das war die da, oder? Das war die ja. Ja, jetzt einmal damit. Sollen wir ein bissl von dem Karottengewirr auch noch? Das hab ich aber eh schon. Petersilie. Ich glaub auch. Ja, ich tu da jetzt noch das bisschen Kohlrabi-Blattl. Was noch schön ist. Hab ich schon. Ja, kann ich. Ja, ja. Kommt da. Ein paar kleine. Weil das Karottengewirr schmeckt eh nur grasig. Und das andere schmeckt wenig nicht. Da haben wir doch wenigstens einen Kohlrabi rein. Genau. Gut. Ich bin schon fertig. Total. Ja. Ja. ever. Untertitelung des ZDF, 2020 Wie grüßt ihr mich denn mal?